Ja, hallo, recht herzlich willkommen zurück zu Game Devs Haikun, Teil 4 müsste das jetzt sein. Und zwar stehen wir hier kurz vor der Veröffentlichung von Lost Pirates 2, der erste Teil war ja schon überragend gewesen. Dann werden wir noch klein nochmal reinschauen, Spielebewertung, wir haben erste Bewertung zum, unser neues Spiel Lost Pirates 2 erhalten. Na dann, lass uns doch mal kurz reinschauen. So. Ja, scheint nicht schlecht zu sein. Ich liebe es. Sehr gut von Informat Games. Mehr bitte von Game Hero. Ihr Schwerpunkt auf Story Quest tat dem Spiel sehr gut. Aha, okay. Von All Games, Spiel sehr gut. Schließen. Wunderliche Kosten sind auch schon sehr, sehr. Ja, na das verkauft sich doch wieder. Mensch, einwandfrei. Aber so ein bisschen bin ich noch enttäuscht, muss ich irgendwie sagen. Neue Forschung verfügbar. Casual Spiele. Ja, ich denke mal sowas wird erst später kommen von uns. Spielbericht erstellen von Lost Pirates 2. Wenn wir schon immer dabei sind. Unsere Marktanalyse zufolge ist, dass vor kurzem veröffentlichtes Spiel Lost Pirates 2 ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Die Entwickler Novi Games ist ziemlich neu in der Spielbank. Sonsten erwarten wir gespannt, was als nächstes entwickelt wird. Kürzliche Marktanalyse zeigen, dass der Commodore 64 gegenüber anderen PC-Herstellern langsam an Marktanteilen verliert. Ja, das ist leider so. In einer inoffiziellen Stellungnahme erklärte ein Ansteller von G64, dass das Unternehmen es nicht geschafft habe, teure Computer auf den Markt zu bringen, um sich gegen neuere und fortschlichere PCs zu behaupten. Ja, so kann das halt gehen, war in der weiten Welt. Nichts Neues rausgebracht, nichts Gutes, nichts Besseres und ja, ist halt alles ein bisschen stagniert. Spielbericht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Lost Pirates 2 ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Erste Spielewelt-Design scheint für diese Art von Spiele sehr wichtig zu sein. Jo. Haben wir schon 700.000 eingenommen. 1.300 Fans haben wir auch schon. Ja, das ist doch nicht schlecht. So, was machen wir denn mal als nächstes? Gehen wir mal nochmal in die Forschung, denke ich mal. Forschung. Und zwar... Werden wir mal hier... Ich denke mal Zielgruppe und Spieltortories werden wir mal erforschen. Verkaufsrekord. Lost Pirates hat mit über 50.000 verkauften Stück einen neuen Firmerekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Meinstein in der Geschichte von Noi Games. Jo, das stimmt. Und 50.000, also schon 54.000 leihe. Lost Pirates 2 war halt doch nicht so schlecht. Ist halt ein bisschen so angelehnt, sag ich mal so, an Monkey Island. Branchenneuheiten. Nevento hat heute eine Handheld-Konsole mit dem Namen Gamelink angekündigt, was zeichnet das Gerät aus. Austauschbare Module, ein einfarbiger Bildschirm auf grünem Hintergrund, eingebauter Lautsprecher und sogar ein Mehrspieler-Modus via Linkkabel. Cool. Vergleich zu PCs und anderen Spielerkonsolen ist der Gamelink technisch gesehen keine Sensation, aber da er so kostengünstig und tragbar ist, könnte er eine große Fangemeinde finden. Ja, das stimmt, der Gamelink wird nächsten Monat in die Regale kommen. Ach, ich denke mal, hm, Forschung beendet. Du hast Spieltoutorios erfolgreich freigestellt. Du hast eben die ersten Komponente einer Spiele-Engine erforscht. Wenn du sie in einem deiner Spiele verwenden möchtest, musst du erst eine neue Engine erstellen. Ja, das stimmt, um die Komponente zu integrieren. Da tun wir mal noch was forschen. Was wollte ich nochmal gleich forschen? Zielgruppe. Ja, das kann man halt alles, müsste man halt alles wieder neue Engine erforschen. Lost Pirates 2 wurde vom Markt genommen. Es wurden 56.652 Stück verkauft und ein Umsatz von 396.420 erzielt. Ja, geil. Ja, Erforschung passt schon. Du hast Zielgruppe, wo er erfolgreich erforscht. Ja, neue Spiele entwickeln. Du kannst nun festlegen, welche Hauptzielgruppe dein Spiel haben soll. Spiele können auf ein Kinder- oder Jugendliche, auf alle oder auf eine erwachsene Zielgruppe abgeschnitten werden. Na, okay. Die richtige Zielgruppe für dein Spiel zu wählen ist wichtig. Auch die Zielplattform kann dabei eine Rolle spielen. Manche Plattformen sind besonders beliebt bei einer bestimmten Spielgruppe. Jetzt kann man genau hier Kinder und Jugendliche, alle oder Erwachsene erstellen. Da wollen wir da erstmal noch virtuelle Haustiere mal erstellen. Oder? Das wäre doch mal cool. Virtuelle Haustiere, Simulation, Plattformen. Da werden wir uns mal den TES. Genau, Lizenz kaufen, Spielengine, Abenteuer Ehe. Ne, machen wir mal nicht, oder? Zwar Kinder und Jugendliche. Wir nennen das mal nicht Pokémon, wir nennen das mal Pik... Ne, Pik... Pikmin. Pikmin. Ja, das passt doch, oder? Kinder, Jugendliche. Jo. Oder warte mal, ne, wir nehmen... Ach, schade. Nochmal. Kinder, Jugendliche. Virtuelle Haustiere. Simulation. Das haben wir schon. Und nehmen wir mal nach hier. Pikmin. Weiter. Genau, dann nehmen wir die 2D-Grafik, Volume 2. Und... Genau, da machen wir mal hier. Das machen wir mal hoch. Dann... Das ist hier mal ein bisschen weniger Story-Quest, das ist ja eigentlich Blödsinn. Für was brauchen wir dann das in der Dings... Genau, dann machen wir hier OK. Und dann... Heute wurde die neue Plattform-Gameling-Nivendo veröffentlicht, OK. Das machen wir mal ein wenig, ja. Dann... Und hier mal ein bisschen höher vielleicht noch, weil man will sich ja vielleicht auch mit dem Tier unterhalten. Virtuelles Haustier. Virtuelles Haustier. Ja, ich will jetzt... Virtuelles Haustier und Pokémon... Passt vielleicht nicht ganz so zusammen, aber... Warum? Dann machen wir das so... Vielleicht mal hier ein bisschen weniger. Und hier machen wir... Oh, oder volle Bulle. So, wir sind mal gespannt... Wie das weitergehen wird. Fertigstellen, nein. Bugs ist nur einer mit drinne. Design wird immer ein bisschen geändert. Ist natürlich kein Problem. Gewonnene Erfahrungen... Haben wir 20 bei Technologie... Gameplay auch noch ein bisschen höher gegangen. Level-Design auch schon wieder fast in Level 3. Grafik ist okay. Gut, 2D-Grafik, Volume 2. Haben wir auch noch Level 1. Auch schon fast geändert. Spiel veröffentlichen. Pikmin. Mal sehen, wie das ankommt. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Uh. Oh. Unsererster 10. Mensch. Ey, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Star Games. Hier gibt es eine 9. Fast perfekt. Und eine 8. Und noch eine 9. Sie haben es geschafft, einen schönen Ausgleich zwischen Technik und Design zu schaffen. Star Games. Fast perfekt. Award Games. 9 Punkte. 8 Punkte von HBS. Tagelang gespielt von Game & Hero. Und 9 Tage großartiges Spiel von All Games. Na aber hallo. Das Ding ist ja mal richtig gut angekommen. Oh, da werden ja am ersten Tag gleich erstmal... Alter Schwede. Herzlichen... Neues Büro. Fragezeichen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast hier ein ganz... schönen Namen in der Spielebranche gemacht. Und ein großes Kapitel angehäuft. Ach, Kapital. Angehäuft. Wenn du explodieren möchtest, solltest du im nächsten Schritt in ein neues Büro umziehen. Ich habe das perfekte Büro in einem Technologiepark gefunden. Möchtest du mit deinem Unternehmen den nächsten Schritt wagen? Ja, manches ist noch nicht richtig übersetzt. Okay, umziehen, natürlich. Wir kommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein größeres Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwickler-Team zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele produzieren kannst. Nun kannst du dich und deine Mitarbeiter trainieren, um die Fähigkeiten zu verbessern. Lass uns das mit dem Abschließen des Management-Kurses versuchen, den du belegen musst, bevor du deinen ersten Mitarbeiter einstellst. Um zu beginnen, schließe ich diese Nachrichten. Ja, ja gut. Jo. Äh, Mitarbeiterliste. Achso, das bin ich ja. Muss ich da nicht auf mich klicken? Trainieren. Mitarbeiterverwaltung, genau. Training starten. Pikmin hat mit über 100.000 verkauften Stück einen neuen Firmerekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Mindset in der Geschichte von Novi Games. Mit dem wachsenden Interesse an Videospielen bildet sich auch eine wachsende Leserschaft von Videospielmagazinen. Solche Magazinen bieten Entwicklern eine tolle neue Möglichkeit, ihre Spiele zu präsentieren. Marketing. Ja, uh, das stimmt. Und da werden wir doch auch gleich mal danach mal Pikmin, also fast 2 Millionen. Das letzte Spiel von Novi Games hat durchweg sehr positive Bewertungen bekommen. Stargames gab ihm eine 10 und sagte, sie haben es geschafft. Das haben wir schon durchgelöst. Wenn Novi Games weiterhin so innovativ bleibt, wird es zum Puping und Sleeping. Yay. Uuuh, 2 Millionen. Alter, das Ding hat uns immer echt gerockt. Wenn wir das mal so schön ausdrücken drauf. Training abgeschlossen. Sehr gut. Du hast deinen Managementkurs erfolgreich beendet und kannst jetzt den ersten Mitarbeiter einstellen. Um damit zu Beginn schließe diese Mitteilung und klicke auf den Einstellen-Button, der sich in der Nähe des großen Schreibtisches befindet. Position setzen. Bevor du jemanden einstellen kannst, musst du eine Stellenanzeige ausschreiben, ein Budget für die Ausschreibung festlegen und entscheiden, wie du die Bewerber testen willst. Ein hohes Budget erhöht die Zahl der Bewerber und die verschiedenen Tests helfen dir, Mitarbeiter mit dem besten Gleichgewicht an Design- und Technologiefähigkeiten zu finden. Ja, das ist jetzt hier die Frage, achso, Bewerber vorsortieren. Was sollen die machen? Ich möchte mal gerne ein Demo-Spiel kosten, soll uns das erstmal eigentlich so 100.000. Jetzt wird gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Anscheinend ist Nogi Games vor kurzem in ein Büro in einen bekannten Technologie-Park gezogen und sucht nun nach Mitarbeitern. Das Unternehmen, welches für Spiele wie Pikmin und Lost Pirates 2 bekannt ist, hat bisher ergeblich in einer Garage gearbeitet. Einer der vielen Fans von Pikmin sagte dazu, ich kann nicht glauben, dass sie bis jetzt nicht mal ein richtiges Büro hatten und diese Spiele wurden von einer einzigen Person gemacht. Ich freue mich schon sehr auf ihre zukünftigen Spiele. Genau, du tust mal schnell noch den Spielbericht zu Pikmin erstellen. Die Suche für die ausgeschriebenen Stelle ist beendet. Du kannst nun die Liste der Bewerber durchsehen und einen geeigneten Kandidaten für diese Stelle auswählen. Denke daran, dass du deine Angestellten jederzeit weiterbilden kannst, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ja, Erfahrung hat der R-Level 2. Der hier scheint eigentlich gar nicht so schlecht zu sein. 17.000, 10.000, wir nehmen den hier gleich Level 2, Geschwindigkeitsforschung, Damian Simons, einstellen. Glückwunsch für deine ersten Angestellten. Neue Mitarbeiter müssen sich erst einarbeiten, bevor sie wirklich leistungsfähig werden. Wenn ein Charakter nicht mit voller Leistung arbeitet, siehst du neben ihm eine Effektivitätsleiste. Diese Leiste wird sich mit der Zeit langsam füllen. Normalerweise ist es eine gute Idee, deinen Mitarbeitern ein Willkommens-Training zu geben, um den Prozess zu beschleunigen. Das wird ihre Effektivität weitaus schneller steigern als normalerweise. Um das zu tun, schließe diese Nachricht und klicke. Neue Forschung von mittleren Spielen? Ja, jetzt machen wir gleich mal hier. Forschung, Trainieren, Einarbeitungstraining. Starten. Jeder hat was zu tun. Ich habe was zu tun. Vena, Erfinder des Master-V-Konsole, hat den Vena Gear angekündigt. Die tragbare Konsole ist die Antwort auf die Gambling von den Nivento. Ein Sprecher des Unternehmens sagt, im Gegensatz zu ähnlichen auf dem Markt erhältlichen Geräten, welche sich nicht mit Spielkonsolen messen können, ist die Vena Gear im Prinzip leistungstechnisch auf dem selben Niveau der Master-V, außer dass er eben tragbar ist. Der Vena Gear verfügt außerdem über ein Farb-Display. Wird dieses Gerät den Gambling toppen? Wir sind gespannt. Die Vena Gear erscheint in zwei Monaten. Ja, das Ding habe ich auch mal in der Hand gehabt, wo ich noch ein kleiner Bub war. Und das Ding war eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, es hat immer sehr viele Batterien gefressen. Sehr viel Batterieleistung. Oh. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Pikmin ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Virtuelle Haus, Tiere und Simulation ist eine großartige Kombination. Spiele wird Design-Chef wie diese Art von Spielen nicht sehr wichtig zu sein. Themen, Zielgruppen, Übereinstellungen, großartig. Das war super. Pikmin wurde vom Markt genommen. Es wurden 299.000 Stück verkauft und einen Umsatz von, ja, ein bisschen mehr als 2 Millionen erzielt. Friede, Freude, Argo, Nähe. Das ist sehr schön. 3.900 Fans haben wir schon im Jahr vier. Geld, 2,2 Millionen. Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich an Miete hier bezahlen müssen. Ich dachte, das ist auch irgendwo Nähe, oder? So. Auch hier Space, Space Commander Mars. Nachrichten, heute wurde die neue Plattform Vena Gear von Vena veröffentlicht. So, was könnte man denn mal noch forschen? Casual Games, Projektmanagement, mittlere Spiele. Ach so. Ich glaube, ich weiß damit was ganz gemeint. Aber wir machen erst mal Mono Sound. Und du könntest auch mal was forschen. Und zwar ein neues Thema vielleicht. Gesetz. Gesetz klingt auch nicht schlecht. Forschung. Noi Games. Ach, steht auch schön hier außen dran. Das ist doch schon mal schön. Hier haben wir, was ist das? Golden Cheese Level 1. Minen Boss? Mein Boss? Golden Cheese? Ja. Ich sage Tschüss. Seht ihr euch beim nächsten Mal bei Game Theft Tycoon. Mein Name ist Zenori. Das hier ist meine Firma Noi Games. Wir tun Spiele herstellen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es gut gehen. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.